Musik Also wir kennen uns seit der Zeit des Studiums und spielen zusammen seit 25 Jahren. Das ist eine lange und große Erfahrung miteinander. Die Liebe zu unterschiedlichen musikalischen Läulen hat uns sehr verbunden. Bis heute. Beethoven hat uns immer schon fasziniert wegen seiner unmittelbaren Emotionalität, die einfach sofort die Seele anrührt. Er war ja selber eine Pop-Ikone, zu Lebzeiten über die Grenzen Wiens bekannt und berühmt, viel gespielt. Gleichzeitig ist er immer wieder angeeckt mit seiner revolutionären Art, die Musiksprache zu verändern und weiterzugehen. Er hatte viele Feinde, er wurde abgelehnt und missverstanden. Er hat unheimlich polarisiert. Das hat uns fasziniert und das wollten wir gegenüberstellen mit anderen Ikonen des Rock-Pop-Jazz, die ebenfalls jeder kennt, aber auf der anderen Seite prägend waren und vielleicht auch verstörend waren, so wie beispielsweise Frank Zappa, Jimi Hendrix, David Bowie, die sich immer wieder auch neu erfunden haben und damit die Musikgeschichte weiterentwickelt haben. Wir haben immer einfach Brücken gefunden, nicht nur musikalisch, auch persönlich. Musik 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 Vielen Dank.